hallo mein lieben freunde ich bin hier in aldi und jo let's go vergleichsvideo machen wir eine runde also milchriegel ist die günstige kopie von kinderriegel milchriegel kostet 99 cent und kinderriegel kostet 2,79 und knusperriegel ist günstige kopie von duplo das beriegel kostet 1,70 duplo kostet 72 milchjumbo von joker ist die günstige kopie von kinderbueno milchjumbo kostet 1,49 und kinderbueno kostet 2,79 und ja ich hoffe euch das werbevideo gefallen besser gesagt das vergleichsvideo und jo ich wünsche euch viel spaß beim einkaufen und viel spaß mit den dingen die ihr gerne macht